Es ist wieder soweit, der ganze Wald steht voller Menschen und wir nehmen euch jetzt mit zum Menschen suchen, finden und sammeln. Ey Hexenröhrling, jetzt stiehl uns mal nicht die Show, ja? Es ist wieder soweit, der ganze Wald steht voller Pilze und wir nehmen euch jetzt mit zum Pilze suchen, finden und sammeln. Wenn sich jemand mit weiblichen Geschlechtsteilen diese so anmalt wie ein Zebra, so schöne weiß-schwarze Streifen, dann könnte man da durchaus von einem zweifarbigen Scheidenstreifling sprechen. Ob die ganze Aktion so sinnvoll ist oder nicht, ja, das sei mal dahingestellt, aber so könnte man es nennen. Was auch noch so genannt wird, ist ein Pilz. Der zweifarbige Scheidenstreifling. Wächst gerne unter Nadelbäumen und ist was ganz Ansehnliches. Man sieht hier, wir haben den Hut und der ist schon mal direkt sehr markant und auch sehr, sehr wichtig für die Bestimmung. Der ist grundsätzlich erstmal in so einem grau-braun gehalten und wenn wir jetzt so von der Hutmitte so langsam Richtung Hutrand gehen mit unseren Augen, dann fällt uns auf einmal hier auf so ein Kreis, der einmal so um den Hut drum rum geht, in dunkelbraun. Typisches Merkmal. Und dann ist der Kreis vorbei und da sehen wir dann, der Hutrand ist wieder heller. Der ist hier in dem Fall sogar fast weiß und gerieft, ja, ganz stark gerieft. So circa ein Drittel des Hutes sind nämlich gerieft. Auf der Hutunterseite haben wir dann Lamellen, die sind hier so weißlich, leicht cremefarbig, stehen frei um den Stiel herum. Ja, da ist wie so ein kleiner Zwischenraum zwischen Lamellen und Stiel, stehen auch recht gedrängt beieinander. Und dann ist der Stiel, der ist auch eigentlich hier weitestgehend so cremefarbig, hat, ja, man kann es so ein bisschen Richtung Stielspitze sehen, so ein paar leichte Flocken, ja, so eine leicht flockige Natterung, hat keinen Ring dann oder sowas, ja. Ist nicht vorhanden, soll es auch nicht. Und dann geht es so runter in Richtung Stielbasis, da gibt es keine Knolle, ja. Aber wir haben eine Wolva oder jetzt auch wieder eine Scheide. Die ist hier wie so ein Sack, so ein Sack, der recht groß ist auch vom Umfang her, aber sehr zerbrechlich auch und gerne so rostbraune Flecken hat, ja, hat er hier auch. Den sieht man aber auch nur, wenn man den Pilz wirklich ganz vorsichtig mit ganz, ganz vorsichtigen Fingern ausgräbt, weil der Pilz ist insgesamt sehr zerbrechlich, ja. Und wenn man den jetzt abschneiden würde, da würde man dieses Merkmal wahrscheinlich gar nicht sehen, weil das unter der Erde meistens ist oder im Moos versteckt. Sonst, ja, haben wir noch einen Stiel, der auch insgesamt halt so ein bisschen fasert, anders als jetzt zum Beispiel Täubling oder sowas, Sprühblättler, ja. Ist ja eine sehr faserige Angelegenheit. Und alles in allem ist der Pilz theoretisch sogar essbar, hat jetzt nicht so viel Geschmack und muss auch im Korb mit Vorsicht behandelt werden. Wenn man jetzt noch andere Pilze sammelt und die da oben drauf legt, dann ist der wahrscheinlich hinterher kaputt, ja. Der ist recht zart unterwegs und zerbrechlich. Man muss aber sehr aufpassen, ne. Wenn man die jetzt zu Speisezwecken sammeln möchte, da gibt es so Geschichten wie Pantherpilze, grüne Knollenblätterpilze und viele mehr. Durchaus auch tödliche Arten, die der Art hier, je nachdem, was für einen Kenntnisstand man hat und was für Erfahrungen man schon so hat mit Pilzen, schon sehr ähnlich sehen können, ja. Dementsprechend sollte man Scheidenstreiflinge, grundsätzlich gibt ja auch noch andere, nur sammeln, wenn man auch schon ein bisschen Erfahrung mit dem Pilzen hat. Aber auch sonst, wenn man sie einfach nicht sammelt, wir sammeln die meistens eigentlich auch nicht, nur hin und wieder mal, wenn wir mal noch richtig schön finden, ist es auch natürlich einfach eine Freude fürs Auge. Ja, ist schon ein hübscher Pilz. Wir waren gerade mal wieder im Mykoristikgeschäft unseres Vertrauens und haben euch einen schönen Strauß Pilze mitgebracht. Ja, so ein Strauß Pilze bietet sich zu allen Anlässen an, bei der Geburt, bei der Hochzeit, bei der Beerdigung und allem dazwischen. Denn mit einem Strauß Pilze macht man nie was falsch. Und das, was wir hier haben, ist ein sortenreiner Strauß, nämlich vom violetten Lacktrichterling oder auch lila Lacktrichterling genannt. Ein sehr, sehr häufiger Pilz, den man eigentlich jetzt im Sommer und auch später im Herbst ständig findet. Ja, in allen möglichen Wäldern, weil der ist super flexibel, der wächst sowohl unter Nadelbäumen als auch unter Laubbäumen und verdaut eben genau das, was diese Bäume so alles auf den Waldboden fallen lassen. Ja, er zersetzt es wieder in seine Einzelteile, die ganzen Dinge, so die Nadeln und sowas. Und der Lacktrichterling ist auch essbar. Man muss nur eine so eine Sache so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Der kann nämlich eine spezielle Verbindung von Arsen akkumulieren. Und sowas will man natürlich nicht zu sich nehmen. Das ist immer so ein bisschen das Für und Wider beim Pilzesammeln. Pilze enthalten tolle Sachen teilweise. Ja, die Polysaccharide, die Beta-Glucane. Wir haben darüber ja mal ein Video gemacht über all die gesundheitlichen Effekte von solchen Inhaltsstoffen. Aber Pilze können eben auch Sachen in sich haben, die man nicht möchte. Ja, eben auch Speisepilze tatsächlich, wie jetzt eben der hier. Den sollte man deswegen nicht so in alten Bergbaugebieten und so sammeln. Ja, da könnte es nämlich erhöhte Konzentrationen im Boden geben. Und generell empfiehlt es sich immer mal, sich zu informieren. Je nachdem, wo man lebt, in welchem Bundesland, in welchem Kanton, wie auch immer. Ob es da irgendwie so Karten gibt über die Schwermetallbelastung im Boden. Ja, und dass man mal guckt, in welchen Gebieten man besser keine Pilze sammelt. Und gerade sowas hier, was dann halt so Sachen akkumulieren kann, auch noch besonders stark, sollte man dann lassen. Hier sind wir jetzt aber in einem schönen Wald, wo jetzt nicht so viel Belastung ist. Und deswegen haben wir jetzt das kleine Sträußchen gesammelt. Wie sieht der Pilz aus? Er ist recht klein. Alles um allem, also vor allen Dingen vom Hutdurchmesser her, haben wir hier oft nur so ein, zwei Zentimeter. Können auch mal ein bisschen mehr noch werden, aber so in der Richtung bewegt sich das Ganze. Die Hüte sind ansonsten recht flach, aber in der Mitte haben wir oft wie so einen kleinen Nabel. Das ist auch ein typisches Merkmal. Und sie sind gerade jetzt, wenn sie noch so frisch und ein bisschen feucht sind oder ja schon, dann sind sie im Lila, intensivst Lila. Wenn es jetzt sehr trocken wird und die den ganzen Tag oder mehrere Tage in der prallen Sonne stehen und es kommt kein Regen nach, dann blassen sie auch aus. Ja, dann geht es schon eher in so was Weißliches, so ein schmutziges Weiß-Grau-Lila-Gemisch irgendwie. Dann verlieren sie ihre schöne Farbe. Dann sammeln wir sie auch nicht. Ja, wir sammeln sie, wenn dann überhaupt, nur in Lila. Auf der Hutunterseite haben wir Lamellen. Die stehen relativ weit auseinander, laufen dann auch am Stiel herab und sie sind auch Lila. Und dann haben wir noch den Stiel. Der ist recht lang durchaus. Ja, der kann mal so fünf, sieben, vielleicht sogar mal zehn Zentimeter lang sein. Ist aber auch sehr dünn im Stieldurchmesser, nur wenige Millimeter und ist auch wieder Lila und längs gefasert. Also wunderbar, überall Lila ist eigentlich schon ein ganz gut bestimmbarer Pilz. Ja, man sollte mal so ein bisschen schauen. Es gibt so was wie so Rosarettich-Helmling. Ja, in der Richtung gibt es lila eine Pilze oder bei den Risspilzen gibt es auch kleine Pilze mit Lila. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man einfach drauf los sammeln kann, nur weil ein Pilz irgendwie erstmal so auf den ersten Blick Lila ist. Aber alles in allem hat er doch ganz nette Merkmale. Und dann haben wir noch ein Merkmal, nämlich die Konsistenz. Der fühlt sich irgendwie ziemlich knorpelig an. Ja, wenn man mal da so ein bisschen dran rum, so mit dem Finger gegenschnipst oder so. Man merkt es, es ist echt wie so ein bisschen wie so ein Knorpel. Also es ist auch ein gutes Merkmal. Der Frühstückstisch des Waldes ist reichlich gedeckt, aber wir werden trotzdem nicht frühstücken, weil dürfen wir nicht und wollen wir jetzt auch gar nicht. Hier haben wir den Semmelporling, nicht zu verwechseln mit dem Semmelstoppelpilz, auch wenn die Pilze sich nicht nur vom Namen ähneln, sondern durchaus auch optisch ein bisschen. Denn der Semmelporling hat einen Hut, der ist ebenso semmelfarbig. Ja, sieht ebenso aus wie Brötchenteig oder so ein frisch gebackenes Brötchen. Sehr markant erstmal so von der Farbe her. Ja, aber vom Hutdurchmesser viel, viel größer als der Semmelstoppelpilz. Ja, also klar, der Semmelporling, der ist auch irgendwann mal jung. Und wenn er noch sehr, sehr jung und klein ist, dann können wir da auch einen ähnlichen Hutdurchmesser haben. Aber der Pilz wird immer größer und wird dann auch viel größer als der Semmelstoppilz und hat dann einen Hutdurchmesser bis zu 20 Zentimeter. Ansonsten ist der Hut auch ziemlich so lappig, wie man sehen kann. Ja, so rundrum, auch so am Hutrand wirkt alles sehr lappig. Es sind auch gerne so mehrere Hüte, die so ein bisschen wie so Dachziegeln übereinander wachsen. Und dann haben wir auf der Hutunterseite Poren. Das ist auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Der hat eben Poren und keine Stoppeln. Die Poren, die laufen dann auch so ein bisschen am Stiel herab. Ja, der Pilz hat nämlich einen Stiel und der Stiel ist auch vom Stieldurchmesser ein bisschen dicker. Die Poren sind so weißlich bis hellgelb. Ja, und der Stiel, der ist auch farblich so in der Art. Aber ganz wichtig, der Pilz ist theoretisch ein Speisepilz, aber praktisch auf jeden Fall in Deutschland darf er gar nicht gesammelt werden. Also ist komplett geschützt, auch nicht irgendwie für Eigenbedarf sammeln oder sowas, sondern der muss auf jeden Fall stehen bleiben. Und ja, geschmacklich ist er jetzt wohl auch nicht so richtig überragend. Der kann nämlich leicht bitter sein. Also in manchen Ländern, wo er nicht geschützt ist, da wird er dann auch eher so verarbeitet, wird er irgendwie eingelegt und so in Essig und so in Geschichten. Ja, aber wie gesagt, in Deutschland muss er auf jeden Fall stehen bleiben. Ja, wo wächst er? Er braucht sauren Boden. Das sehen wir hier. Das ist hier auf jeden Fall gegeben. Hier sind überall Heidelbeeren. Und er wächst mit Kiefern in Symbiose. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Baum. Und hier im Hintergrund steht eine dicke Kiefer. Die ist wahrscheinlich der Baumpartner dieses Pilzes. Gibt es noch Steinis? Ja, es gibt noch Steinis. Wir finden immer mal wieder Steinis, aber wir wollen euch jetzt auch nicht ständig immer nur Steinis zeigen. Aber hier haben wir jetzt doch nochmal was Besonderes gefunden. Denn nicht jeder Steinpilz ist einfach immer nur ein Steinpilz. Da gibt es ja schon verschiedene Arten. Und das ist hier was Besonderes. Das ist nämlich der Kiefernsteinpilz. Was man ja eigentlich so als Steinpilz hauptsächlich kennt, ist ja so der gewöhnliche Steinpilz, der eigentlich ja auch Fichtensteinpilz heißt. Und der Kiefernsteinpilz sieht diesem Fichtensteinpilz sehr, sehr ähnlich und ist auch nicht immer so leicht zu unterscheiden. Erstmal auch die gute Nachricht vorweg. Auch der ist hier essbar an sich. Wenn man da jetzt irgendwie mal aus Versehen irgendwie die Arten verwechselt oder so, macht das jetzt erstmal nichts. Ja, so lange ist denn einer der beiden ist. Was wir aber jetzt hier haben, ist die Hutfarbe. Und die Hutfarbe vom Kiefernsteinpilz geht mehr ins rötliche. Also der Fichtensteinpilz, der hat ja ein sehr, sehr breites Farbspektrum ja auch, wo er wirklich viele, viele verschiedene Brauntöne abdeckt. Und auch der hier hat Brauntöne, aber eben mit einem deutlichen roten Einfluss. Also wir haben hier wirklich auch Rottöne, so ein richtig schönes Rotbraun. Der Hut ist beim Kiefernsteinpilz auch durchaus manchmal noch ein bisschen runzliger, faltiger. Muss aber auch nicht immer so doll ausgeprägt sein. Und dann haben wir auch hier schön so einen hellen Hutrand. Und an manchen Stellen ist der Hut dann auch noch so ein bisschen bereift, was auch recht typisch ist. Aber ein Kiefernstein, die muss auch nicht immer so bereift sein. Hier ist es jetzt auch nicht überall so ausgeprägt, aber an manchen Stellen sieht man es glücklicherweise doch ganz gut. Auf der Hutunterseite haben wir dann eine Röhrenschicht, die ist genau das gleiche wie beim Fichtenstein. Ja, die ist erst weiß, dann wird sie gelb, dann wird sie olivgrün, eben durchs Sporenpulver. Und der Stiel ist durchaus auch recht ähnlich. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen rotbräunlicher durchaus als beim Fichtenstein, aber vielleicht auch nur minimal. Ja, also da ist es noch schwieriger, wirklich den Unterschied gut festzustellen. Eigentlich, was hier auch natürlich gegeben ist, ist ein weißes Netz auf dem Stiel. Das sieht man besonders gut immer ganz oben an der Stielspitze. Das ist natürlich auch ein wichtiges Merkmal. Und der Kiefernsteinpilz wächst tatsächlich fast ausschließlich nur mit Kiefern in Symbiose. Also in Ausnahmefällen auch mal mit anderen Bäumen. Aber der hat schon eine sehr starke Tendenz zur Kiefer, wohingegen der Fichtensteinpilz da wesentlich flexibler ist. Ja, deswegen heißt er ja auch teilweise sowas wie gewöhnlicher oder echter Steinpilz oder so. Weil der geht mit ganz vielen Baumarten zusammen. Der hier ist definitiv wählerischer. Wir lassen den jetzt aber hier. Denn zum einen sehen wir schon an der Röhrenschicht, die ist schon ziemlich gelb und hat auch schon so Tendenz ins Olivgrüne. Das ist für uns immer ein Indikator bei Steinig, dass wir sie nicht mehr sammeln wollen. Ja, wir wollen eigentlich nur welche, wo die Röhrenschicht noch weiß ist, weil die dann einfach noch viel jünger und besser sind. Den lassen wir auf jeden Fall hier und lassen den aussporen. Denn ja, ist auch nicht so häufig. Also man kann, wenn man die Art erkennen kann, die durchaus auch einfach stehen lassen und sich eher auf die Fichtensteinis konzentrieren, die wesentlich häufiger sind. Das ist schon hier was, was man nicht alle Tage findet. Das Milchbusiness im Wald läuft nach wie vor ausgezeichnet. Und viele wichtige Wirtschaftsinstitute sagen auch, das ganze Wirtschaftsklima ist absolut wunderbar. Ja, tolle, rosige Aussichten. Und hier haben wir so jemanden aus dem Milchbusiness. Natürlich ein Milchling. Das ist der nordische Milchling. Auch eine sehr, sehr schöne Milchlingsart. Ja, wir haben euch ja jetzt dieses Jahr schon einige schöne Milchlinge gezeigt. Und das hier wäre so ein weiterer. Der Hut ist erstmal so lila-grau oder auch lila-braun und der ist so ein bisschen schmierig. Ja, da ist so ein kleiner Gewitterschauer rübergegangen vor kurzem und dadurch ist er so schmierig-klebrig. Das ist aber nur, wenn es gerade recht frisch da drauf geregnet hat, sonst ist es nicht so. Dann hat er durchaus auch ganz gerne sogenannte Wasserflecken, die so konzentrisch auf dem Hut angeordnet sein können. Auf der Unterseite haben wir dann Lamellen, die sind so weißlich bis cremefarben, laufen leicht im Stiel herab. Und da offenbart sich schon so die Hauptattraktion bei dem Pilz, nämlich die Milch. Die ist nämlich bei dem jetzt hier nicht klassisch weiß, sondern grünlich. Ja, also das ist auch was Schönes. Wir haben euch jetzt dieses Jahr schon lila-milch gezeigt. Wir haben euch schon transparente Milch gezeigt und jetzt gibt es hier nochmal grünliche Milch. Ja, auch was Schönes. Und dann gibt es noch einen Stiel, der ist so hellbraun einfach. Ja, und es ist ein Milchling, das heißt, das Fleisch ist sehr brüchig und sehr spröde. Aber essen will man den eigentlich eh nicht, denn der schmeckt sehr, sehr scharf und bitter. Theoretisch könnte man ihn noch zubereiten, sehr aufwendig. Ja, abkochen, Kochwasser immer wieder wegschütten, aber muss man nicht machen. Also wir werden ihn jetzt nicht essen oder so, aber einfach mal schön zu zeigen. Ja, wieder mal so ein Beispiel für die wirklich große, große Farbenvielfalt in der Welt der Pilze. Es ist wieder soweit. Weihnachten steht schon fast wieder kurz bevor. Und darum backen wir jetzt mal ein bisschen Spekulatius, futtern den und lehnen uns dann mal so richtig weit aus dem Fenster, dass wir fast schon rausfallen. Ja, jetzt wird spekuliert. Wir haben hier nämlich was gefunden. Das ist definitiv ein Korallenpilz. Nur welcher? Das ist die große Frage. Denn bei den Korallen, da gibt es schon auch eine große Artenvielfalt durchaus. Manche sind essbar, manche sind auch alles andere als essbar. Und die Unterscheidung mit dem bloßen Auge ist nicht immer so einfach. Es gibt so ein paar, die machen es einem leicht. Zum Beispiel die Hanenkamm-Koralle, die haben wir euch schon mal vor zwei Jahren oder so in etwa gezeigt. Aber hier haben wir jetzt was. Das ist eine Koralle, die ist sehr orange. Wirklich leuchtend intensivst orange. Wie eine Orange. Sieht fast ein bisschen unecht aus. Wir vermuten mal, dass es die orangefarbene Gebirgskoralle ist. Was dann auch eine ziemliche Seltenheit wäre, so als Fund. Das wäre eine Art, die gerne unter so Nadelbäumen wächst, unter Fichten. Das ist hier gegeben in dem Fall. Also könnte ganz gut möglich sein. Das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass hier in der Nähe auch noch eine andere Koralle wächst, die eher so ein bisschen gelblicher ist. Wo wir dann eher dazu tendieren, dass es vielleicht die goldgelbe Koralle ist. Aber so richtig gut kann man das einfach nicht mit dem bloßen Auge sagen. Eigentlich bräuchte man einen Schlüssel, wo wirklich alle Arten gut aufgeschlüsselt sind und auch ein Mikroskop. Wir haben jetzt hier leider weder noch zur Verfügung. Deswegen bewegen wir uns jetzt hier nur mal in diesem spekulativen Rahmen. Ja, die Korallenpilze, wie jetzt eben auch diese hier, erinnern an Korallen, aber auch ein bisschen an Blumenkohl. Nach unten hin zur Basis haben die nämlich gerne so einen dicken Strunk und der ist recht hell. Der geht zur Richtung weißlich, hellgelb. Aber nach oben hin, da verästelt sich die Koralle dann so ein bisschen. Und da ist sie jetzt hier eben wirklich unglaublich schön orange. Der Duft ist auch ganz interessant. Das passt nämlich auch so ein bisschen zu der Gebirgskoralle. Der wird nämlich so beschrieben als, es duftet nach Jod, nach Medizinschrank, nach Zahnarztpraxis. Ja, sehr schöne Beschreibungen. Aber tatsächlich, wenn man mal mit der Nase hier so ein bisschen rangeht, irgendwie riecht es tatsächlich so ein bisschen so. Also wer sich das ausgedacht hat, hatte schon eine blühende Fantasie, aber durchaus auch eine zutreffende. In dem Fall würden wir es auf jeden Fall sagen. Wir lassen die Pilze auf jeden Fall hier, weil letztendlich sind wir uns eh nicht so 100% sicher, welche Art es ist. Und es ist so schön. Es ist so ein Kunstwerk der Natur. Das kann man auch einfach nicht wegmachen. Dieser schöne Farbkontrast mit Orange und Grün in dem Moos hier, ist es viel zu schön, um da irgendwie dran rumzufriebeln. Rot sind die Rosen, rot ist das Blut. Und rot ist leider auch die Liste, auf der diese Pilze hier stehen, die sich ihren Namen mit einem Körperteil und einem süßen Gebäck teilen. Das, was wir hier haben, ist wirklich für uns auf jeden Fall ein ziemlich sensationeller Fund. Hier haben wir nämlich Schweinsohren gefunden. Ja, und es ist das Schöne, wenn man sich viel mit Pflanzen, Pilzen und natürlich auch vielen anderen Arten in der Natur auseinandersetzt. Es kann schon passieren, dass regelmäßig Träume wahr werden. Ja, manchmal auch Träume, die man schon seit Jahren träumt. Und für uns ist gerade hier mal so ein Moment gekommen. Ein Traum ist wahr geworden. Wir haben jetzt endlich diese Pilzart gefunden, die wir schon seit langer, langer Zeit unbedingt mal in echt erleben wollen, die wir bisher nur aus den Büchern und aus dem Internet kannten. Die Schweinsohren, wirklich schöne Pilze. Aber wie schon gesagt vorweg, es ist auch eine rote Listeart. Die Schweinsohren sind nämlich Pilze, die so intensive Forstwirtschaft nicht so gut verkraften. Das ist auch einer der Hauptfaktoren, warum die so selten geworden sind. Die brauchen schon recht intakte Wälder, intakte Habitate, die eben nicht zu sehr mit zu starken Maschinen und so weiter beansprucht werden. Was haben wir denn hier für ein Habitat erstmal so grundsätzlich? Es ist hier so, wir haben hier noch relativ junge bis mittelalte Fichten und Weistern stehen, wo wir hier gerade sind. Das sind auch Baumarten, wo dieser Pilz in Symbiose gehen kann. Der geht nämlich in Symbiose. Er kann aber auch mit Rotbuchen in Symbiose gehen. Dann gibt es hier jetzt noch was ganz Spezielles, was uns auch so ein bisschen verwundert. Wir sind hier jetzt eigentlich auf Sandstein unterwegs. Also hier ist wirklich weit und breit überall Sandstein und der Boden ist sauer. Normalerweise findet man diese Pilzart aber eigentlich eher auf basischem Boden, zum Beispiel auf Kalkestein. Also das ist hier ein bisschen verwunderlich. Hier sind auch überall klassische Zeigerpflanzen für sauren Boden. Insbesondere natürlich die Heidelbeere ist ein bisschen speziell. Wir wissen auch nicht, ob vielleicht hier irgendwo unten im Boden dann doch irgendwie noch was basisches ist oder ob die halt einfach ein bisschen auf die Regeln pfeifen hier an dem Standort. Wie dem auch sei, uns freut es riesig, die endlich mal gefunden zu haben. Es ist ein Pilz, der wächst, wenn er denn überhaupt mal irgendwo wächst, gerne in Massen. Hier ist es auch so. Hier haben wir einen Hexenring. Der hat bestimmt einen Durchmesser, ich würde sagen, von so sieben Metern oder sogar mehr. Es ist wirklich ein richtig großer Ring und der Pilz wächst dann eben in diesem Ring und hat dann gerne so Reihen, wo dann ganz, ganz viele Fruchtkörper zusammen erscheinen. Also hier sind bestimmt über 100 Fruchtkörper. Ist schon ganz beachtlich. Der Pilz sieht sehr schön aus. Von der Form her erinnert es so ein bisschen vielleicht an den Trichter oder auch an den Kreisel. Dann haben wir so Farben, die können gerade im jungen Alter eben wunderschön violett sein, wie bei den beiden hier in meiner Hand auch. Ja, da ist der Pilz sehr violett. Zum Alter hin wird er dann eher so ockerbräunlich, olivbräunlich. Und sonst haben wir noch einen Hutrand, der auch recht auffällig ist. Der ist nämlich so gelappt. Und dann haben wir noch was Schönes. Auf der Außenseite der Fruchtkörper haben wir Leisten. Ja, keine Lamellen, sondern eben Leisten. Erinnert optisch so ein bisschen an so die Adern auch auf der Haut, was man da so kennt, wenn man so vaskulär so ein bisschen sich den Arm anschaut oder sowas. Ja, daran erinnert es so ein bisschen. Das heißt, die Leisten sind natürlich auch sehr fest mit dem Hut verwachsen. Da denkt man natürlich auch irgendwie an Pfifferlinge. Ja, die haben ja auch Leisten und man könnte natürlich schnell zu dem Schluss kommen, der ist wahrscheinlich ein enger Verwandter mit den Pfifferlingen. Dachte man früher auch. Ist aber tatsächlich gar nicht so. Man hat rausgefunden, der Pilz ist eigentlich viel enger verwandt mit Korallenpilzen oder tatsächlich auch sogar mit Stinkmorcheln. Ist auf jeden Fall ganz interessant, so ein bisschen da die ganze Taxonomie dahinter auch, sich das mal anzuschauen. Da trügt der erste Eindruck auf alle Fälle. Ja, der Pilz riecht sonst auch ein bisschen aromatisch und soll wohl so wie Pfifferlinge schmecken. War auch früher in früheren Zeiten auch immer ein sehr beliebter Speisepilz. Ist es an sich auch immer noch, aber jetzt kommt halt natürlich der große springende Punkt. Also hier in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass es eine rote Listeart ist. Ja, der Pilz ist hier sehr, sehr selten. Man findet ihn tendenziell auch häufiger im Gebirge, was eher kalkhaltig sein sollte. Hier sind wir jetzt im Schwarzwald, also im Mittelgebirge. Dann gibt es ja noch Hochgebirge, ja, sowas wie die Alpen. Da ist die Art vielleicht noch ein bisschen häufiger. Auf alle Fälle für Deutschland lässt sich sagen, hier sollte man diese Art nicht sammeln. Ganz einfach, weil sie eben so selten ist, ja, ist es schon besser, die Pilze einfach im Habitat zu lassen. Da können sie aussporen, weil da, wo sie wachsen, da passen ja vielleicht schon die Bedingungen für die Art. Und das heißt, wenn die Sporen da maximal in diesem Habitat verbleiben können, dann besteht ja vielleicht auch die Chance, dass der Pilz sich nochmal vermehrt und dann auch an einer anderen Stelle im gleichen Habitat irgendwann nochmal erscheint. Das wäre ja sehr, sehr schön, wenn das Habitat es hergibt. Denn die meisten Wälder sind ja leider mittlerweile in einem katastrophalen Zustand. Also da, ich glaube, da besteht kein Zweifel, ja, das kennen alle, die regelmäßig im Wald sind. Das ist leider so. Deswegen sollte man die Art einfach stehen lassen, ja, es gibt genug andere Pilze. Wenn die wachsen, dann wachsen auch genug andere Pilze. Da kann man sicher sein, die man dann besser sammeln kann, ja, wenn man Speisepilze sammeln möchte. Wir haben jetzt hier nur mal zwei entnommen, so zum zeigen, ja, und die lassen wir aber auch hier. Also die werden wir hier irgendwo gut positionieren, wo sie weiter schön aussporen können und sonst lassen wir das hier alles ganz schön in Ruhe und suchen uns lieber was anderes zum Sammeln oder wir suchen uns auch gar nichts. Ja, man kann auch einfach mal nichts sammeln, stirbt man auch nicht von, ne? Man muss nicht alle Pilze immer nur essen, man kann sie auch einfach mit den Augen essen und glücklich werden, so wie wir gerade. Heute haben wir wirklich viel stehen lassen, aber hier haben wir jetzt doch nochmal eine Pilzart, da haben wir richtig tolle Funde gemacht. Das ist der Reifpilz und den haben wir euch kürzlich schon mal gezeigt, ja, wenn ihr nochmal genau wissen wollt, wie der aussieht und so, dann schaut mal in die Infobox, da ist das Video. Denn das ist jetzt nicht unbedingt der Pilz, den man, wenn man mit Pilzesammeln anfängt, sammeln sollte, ja, der ist schon in der Bestimmung ziemlich schwierig, aber in dem Video haben wir ihn euch kürzlich mal gezeigt. Wir wollen euch jetzt auch nicht ständig immer wieder die gleichen Pilze jedes Video zeigen, immer wieder nur Steinpilze und Pfifferlinge oder so, das wäre auch langweilig. Deswegen schaut auf jeden Fall die alten Videos, ja, gerade gibt es wirklich eine große Vielfalt und in jedem Video gibt es immer wieder was anderes zu entdecken. Für uns ist der Reifpilz auf jeden Fall einer unserer absoluten Lieblingspilze. Würden wir schon so in unsere Top 5 vielleicht stellen, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was so eure Top 5 der Speisepilze sind oder auch nicht Speisepilze, ja. Also vielleicht findet ihr auch irgendeine besondere Pilzart einfach so schön, ohne sie essen zu müssen. Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Wir sind auf jeden Fall richtig glücklich jetzt über die Reifpilze, weil die haben dieses Jahr in den Wäldern, wo wir unterwegs sind, ein ausgesprochen gutes Jahr. Also wirklich, wir finden die dieses Jahr in ganz vielen Stellen, wo wir letztes Jahr gar keine gesehen haben, wachsen sie dieses Jahr teilweise in Massen. Das ist für uns sehr, sehr erfreulich. Pilze existieren durch Bäume, durch Regen und durch vieles mehr. Unser Kanal existiert durch euch. Durch eure Unterstützung, indem ihr unsere Videos schaut, kommentiert, teilt und auch indem ihr uns finanziell unterstützt, zum Beispiel per Paypal, Patreon, Kanalmitgliedschaft, indem ihr euch unser Buch holt oder vieles, vieles mehr. Ihr findet es alles in der Videobeschreibung und natürlich vielen, vielen lieben Dank an alle, die das schon tun. Und jetzt ein kleines Quiz haben wir hier vorbereitet, beziehungsweise der Wald hat es für euch vorbereitet. Was wächst denn hier Schönes? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Im nächsten Sammelvideo werden wir es dann auflösen. Und jetzt natürlich wie immer unbedingt weiterschauen. Hier gibt es drei ganz tolle Sachen zum Anschauen, ja. Eine Playlist und zwei Videos. Sucht es euch aus oder guckt einfach alles an. Und dann bis bald im Wald.